Ja, ich freue mich heute in der Ausstellung Wunderkammer, besser gesagt in den Vorbereitungen der Ausstellung Wunderkammer, Nina Schüchter begrüßen zu können. Sie unterrichtet Kunstgeschichte an der Heinrich-Heine-Universität und promoviert gerade zu dem Thema Wunderkammer. Insofern könnten wir uns keine besseren Experten denken und wir freuen uns auch, dass Sie die Einführungsrede am 3.4. halten. Wie sind Sie eigentlich auf das Thema gekommen? Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Vielleicht fange ich erstmal damit an, wie ich die Wunderkammer auch verstehe, wie ich auch den Begriff verstehe, um dann genau zu meinem Thema zu kommen. Also die Wunderkammern sind ja frühneuzeitliche Sammlungen, die ihre Blütezeit im 16. Jahrhundert hatten und ganz vielgestaltige Objekte auch vereinten. Und was ich besonders spannend immer schon fand, dass es ja Objekte sind, die heute eigentlich gar nicht mehr zusammen ausgestellt werden, weil wir heute die Spezialmuseen haben, so könnte man sagen, also das Naturwissenschaftliche Museum, das Kunstmuseum, das Kunstgewerbemuseum oder das Technikmuseum, also diese sehr stark disziplinierten Museen. Und das hat sich ja erst im Zuge der Moderne entwickelt. Und in diesen frühneuzeitlichen Kammern waren diese Objekte ja noch miteinander vereint. Also da ist der Begriff der Interdisziplinarität natürlich schlagend, der ja auch gegenwärtig ganz en vogue ist. Und das finde ich total spannend, dass es eben da sich schon niederschlägt und auch gelebt wurde und dann im Zuge der Moderne verdrängt wurde. Und dass es jetzt heute wieder so eine große Faszination erfährt in dieser Wunderkammer. Und ich beschäftige mich mit dem Phänomen der Wunderkammer eben in der Gegenwart. Ich spreche auch von zeitgenössischen Wunderkammern und da schaue ich mir besonders zeitgenössisch künstlerische Positionen an, die den Begriff der Wunderkammer eben aufgreifen und auch für die Gegenwart weiterdenken und auch befragen. Und das sind auch ganz unterschiedliche Arbeiten. Und in dieser Diversität finde ich das eben enorm spannend. Und das sieht man ja auch hier in der Ausstellung. Ja, das ist, was Sie angesprochen haben, die Interdisziplinarität. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil man kann ja auch wirklich sagen, wir erweitern darüber auch unseren Horizont. Ob es Exponate sind, ob es bestimmte Objekte sind, ob es Malereien, Stiche sind. Und wir versuchen ja ein bisschen auch die Welt zu verstehen. Und vielleicht war das ja früher schon unglaublich wichtig und nicht nur das Staunen, die Kuriosität, sondern wie ordnen wir uns in dieser Welt ein? Und ich habe das Gefühl, wenn man heute schaut, gibt es immer mehr das Thema Wunderkammern. Es gibt wieder Museen, die das sozusagen auch auf ihre Fahnen schreiben. Und ob es zum Beispiel auch naturkundliche Museen sind, die sagen Wunderkammern, wir haben Nass- und Feuchtpräparate. Und plötzlich wird der ganze Kosmos wieder ausgebreitet und gezeigt. Haben Sie eine Vermutung, woran das liegt, dass die Menschen jetzt plötzlich wieder so fasziniert von dem Thema sind? Ja, das ist eine total spannende und auch gute Frage. Und meine Vermutung ist, dass wenn man sich jetzt die Zeit im 16. Jahrhundert anguckt, also die Blütezeit der Kunst- und Wunderkammern, dann ist es ja auch eine ganz starke Umbruchsphase, mit denen es die Menschen da zu tun hatten. Also eine Phase, in der Europa expandierte durch Kolumbus, Vasco da Gama, also die Entdeckung neuer Kontinente, das in Berührung kommen mit neuen Kulturen, auch mit neuen Objekten, die dann eben über die Schiffswege nach Europa kamen. Aber auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, also eine sehr aufrüttelnde Zeit. Und wenn man sich dann unsere Gegenwart anschaut, dann ist es natürlich, ja liegt es eigentlich auf der Hand, diese Parallele auch zu ziehen. Also eine sehr komplexe und überfordernde Gegenwart, mit der es wir heute zu tun haben. Also um nur einige Stichworte zu nennen, ja natürlich die Klimakrise, das massive Artensterben, das zu beobachten ist. Künstliche Intelligenz und eben die komplette Umstrukturierung unserer Arbeitswelt eben durch diese technischen Neuerungen und dann, ja aber auch Pandemien. Also und da wird ja Corona nur eine von vielen sein, also eine sehr komplexe, überfordernde Gegenwart. Und meine These ist, dass die Wunderkammer als einzige Sammlungs- und Erfahrungsform diese Gegenwart uns auch, ja erfahrbar macht. Und aber auch ein Stück weit diese erklärt oder auch dazu beiträgt, dass wir diese Komplexität auch akzeptieren können oder diese auch ein Stück weit vielleicht nachvollziehen können. Ja, also das ist eine wunderbare Erklärung dafür, finde ich ganz, ganz schön, wie Sie das jetzt gerade auch so zusammenbringen. Und man sieht es ja an so Kleinigkeiten, also wenn man das Herbarium nimmt, was ja also das getrocknete Wissen bis zum gefrorenen Wissen, wenn wir überlegen, wo speichern wir wirklich bestimmte Pflanzen, Samen, wie archivieren wir sie, dass wir wirklich auch wieder darauf zurückgreifen können. Und das ist vielleicht auch das, was Sie gesagt haben in Bezug auf Naturkatastrophen oder wie wissen wir überhaupt noch, wie Arten aussehen, wie die Vielfalt ist. Sondern jetzt sitzen wir ja fast in einem Dschungel und jetzt muss man sagen, von Hartmut Neumann ist dieses Gemälde, also diese zweiteilige Gemälde, was wir hier haben und ganz, ganz, ganz viele Tiere eben auf einer Leinwand vereint. Und das ist vielleicht ganz schön, dass wir es eben so gebündelt haben und gleichzeitig, was Sie eben gesagt haben, die Objekthaftigkeit hier, das Krokodil von 1840, was wir vom Museum auf der Hart im Wuppertal ausleihen konnten als Exponat und man wirklich auch drum herum gehen konnte. Und wie Sie eben gesagt haben, ich bin mal gespannt, wie Sie es präsentieren. Wir präsentieren es nämlich genau anders, als es früher gewesen ist. Denn Sie sehen ja, exakt, es hat noch diese Stricke, man hätte es aufgehangen. Normalerweise natürlich auch in Wunderkammern oder Kuriositätenkabinetten mit dem Rücken nach unten, dass man diese schöne Struktur auch sehen kann. Also Exotika. Ja, aber wir haben auch gedacht, es ist ja auch mal ein Lebewesen gewesen. Wir präsentieren es wirklich hier auf dem Sockel. Vielleicht der Schwenk zu Exponaten, ein Krokodil oder solche Exotika. Haben Sie das auch in den neuen Arbeiten bei Künstlerinnen und Künstlern entdeckt? Ja, also das kommt immer wieder vor. Also das Krokodil ist ja quasi das Paradeobjekt der historischen Kunst- und Wunderkammern. Und hier in der Ausstellung wird ja auch die Erraune gezeigt, also eine magische Wurzel, um die sich allerlei Narrative auch erspornen. Bezoare wäre auch noch ein Beispiel, also Magensteine, denen auch magische oder heilende Wirkungen zugesprochen wurden. Ja, und die Arbeiten, die ich untersuche, sind wie gesagt ganz unterschiedlich. Ich muss jetzt gerade an George Aliakou denken, der ganz stark den kulturellen Austausch in den Fokus nimmt. Also er sammelt in seiner Heimat Benin Objekte, geht dann in andere Städte und kombiniert diese Objekte. Und da sind auch, also da ist jetzt kein Krokodil beispielsweise dabei, aber auch ganz skurrile Objekte aus unserer Alltagsbilderwelt. Also da findet eben diese Übersetzung auch für die Gegenwart statt. Aber beispielsweise Magdaien bezieht sich ganz explizit eben auch auf diese ganz typischen Wunderkammerobjekte. Und ja, verwendet auch diese und greift aber auch das Wunderkammermobiliar auf. Also gerade die Zeigemöbel. Willkommen dazu. Also genau, das ist ganz spannend. Zum Beispiel macht das ja Jenny Michel auch. Wir werden ja ein paar Arbeiten von hier zeigen, also in Anlehnung an das Herbarium, das Pulvarium. Und dann sind es eben auch diese alten Setzkäste und diese Materialität. Also es ist ganz spannend, was uns dann hier noch erwarten wird und was wir auch noch aufbauen. Also die Arbeiten kommen dann, die sind noch restauriert worden und kommen dann hier zu uns. Dann habe ich es kurz angekündigt ja schon von Kennedy plus Spawn eben auch ein Hologramm, wo es um ein Versuchswesen geht, um einen ganz besonderen Hasen. Wir verraten mal nicht so viel. Dann natürlich der Totentanz. Wir haben kurz auch schon darüber gesprochen. Wir werden einen hier live gesprüht bekommen von Thomas Baumgärtel. Inwieweit kommt diese Thematik immer wieder drin vor? Weil Sie haben es ja eben schon angesprochen, das Existenzielle. Wie orientieren wir uns in unserer Welt und die Vergänglichkeit? Ja, welchen Stellenwert hat sie in den Werken vielleicht? Ja, ich glaube einen ganz essenziellen. Also ich glaube, da müsste man sich die unterschiedlichen Arbeiten jetzt nochmal anschauen. Aber es geht natürlich immer um ein Wahrnehmen von Welt. Und da gehört natürlich auch die Vergänglichkeit mit dazu. Und das Zurückgeworfensein auf den eigenen Körper, auf die eigene Existenz und auf das eigene Sein. Also das sind, glaube ich, grundlegende Fragen, die in allen Arbeiten, die ich auch untersuche und die auch hier zu sehen sind, eben eine Rolle spielen. Und das ist eben das Schöne, dass es eben um den Mikrokosmos geht, aber immer auch um den Markrokosmos und eben diesen Verweiskarakter. Ja, also wunderbar. Wir freuen uns schon einfach, Ihr Buch zu lesen. Ich bin mal gespannt, wann das rauskommt. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Und natürlich der dritte, vierte nochmal ein wichtiger Stichtag, wo wir alle zusammenkommen und dann die Ausstellung eröffnen. Also vielen Dank nochmal. Freue mich. Ich mich auch. Danke. 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 Vielen Dank.